Mir liegt nun zur Geschäftsordnung keine Wortmeldung mehr vor. Es war ein Antrag auf Zitation des Herrn Bundesminister Kanner, das ist ein geschäftsordnungsmäßiger Vorgang und daher kann es sich nicht um Sabotage handeln, sondern das sieht unsere Geschäftsordnung diese Möglichkeit auch so vor. Daher werde ich auch so jetzt vorgehen, das ist auch gleich abzustimmen. Wer diesem Antrag auf Zitation des Herrn Bundesminister Kanner seine Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen, das ist die Minderheit abgelehnt.